Hallo zusammen, mein Name ist Thorsten Ritter und ich bin heute am Forellensee und möchte euch mal unsere neue multifunktionale Bauchtasche vorstellen, das sogenannte Spooner Belly Bag. Mal angefangen auf der rechten Seite habt ihr ein Rutenrohr angebracht, wo ihr problemlos eure Rute mal ablegen könnt, wenn ihr zum Beispiel mal aus der Tasche irgendwelche Spooner oder andere Teile sozusagen benötigt. Wie schon gesagt, hier vorne ist eine kleine Bauchtasche dran, könnt ihr unser Spooner Case einstecken, passt hervorragend rein, oder auch ganz normale Köderboxen sozusagen. Dann habt ihr einen Kordelzug mit Karabiner dran, wo ihr zum Beispiel Zange, Totschläger, eine Arterienklemme oder ähnliches einhängen könnt, damit die gut verstaut ist. Und ihr habt noch eine weitere Tasche, wo man zum Beispiel auch eine Zange einstecken kann oder eine Schere parat hat. Also alles in allem eine super Sache, unser Spooner Belly Bag.